Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid beim VfL Kabinentalk. Wir sind im Allerheiligsten des VfL mit einem Multitalent. Dieser Mann ist nicht nur einer der besten Torhüter der 2. Liga und ein fantastischer Fotograf. Ich habe auch Angst, dass er gleich hier lieber an die Kamera noch geht. Aber erst einmal muss er mir Rede und Antwort stehen. Er kann auch wischen, wie ich neulich gesehen habe. Hier ist Dennis Klokmann. Ich grüße dich. Moin, moin. Hallo, Sam. Hast du das Foto auch gesehen, wo du einfach mal selbst deinen Kreis gewischt hast? Ja, tatsächlich. Und es sah dynamischer aus als zu Hause. Es war talentiert, das muss man mal sagen. Kommt nicht so oft vor, dass ich den schwinge. Zugegebenermaßen, ich bin nicht derjenige, der großartig der Wischer zu Hause ist. Ich würde trotzdem gerne mal deine Kilometerzahl nach so einem Spiel sehen. Weil wenn ich das beobachte, du gehst ja auch gerne mal von links nach rechts und klatscht mit im Takt der Zuschauer. Brauchst du das selbst auch, um dich so ein bisschen zu pushen? Ja, ich weiß auch nicht genau, wo das angefangen hat. Das hat vor, ich würde schätzen, so acht bis zehn Jahren irgendwann angefangen, dass ich eine gewisse Konzentrationsphase habe. Ich kann nicht einfach nur im Tor stehen und warten, bis der nächste Angriff auf mich zurollt. Und dementsprechend hat sich das so ergeben. Ich wollte die Zuschauer so ein bisschen mitnehmen, mich selbst auch ein Stück weit motivieren. Und ja, irgendwie hat sich das so eingebürgert und scheinbar als ganz akzeptabel herauskristallisiert. Du bist nicht nur Wischer und Klatscher, du bist auch Fotograf, haben wir eben schon gesagt. Als Fotograf hat man ja einen Blick für die Details. Was ist für dich in der Kabine das Wichtigste? In der Kabine für mich grundsätzlich, dass ich meinen Platz habe. Also auswärts gibt es tatsächlich Stammplätze, die man die Jahre davor auch bezogen hat. Und wenn man ein gutes Ergebnis gegen den Gegner erzielt hat, dann möchte man auch den Stammplatz wieder haben. Das gibt so kleine psychische Spiränzchen. Aber sonst... Neben wem sitzt du denn? Ja, meistens neben Waschi jetzt zumindest zu Hause. Und auswärts variiert das tatsächlich von Halle zu Halle. Die Kabine ist ja das Allerheiligste. Was passiert denn hier, wenn keiner rein darf, wenn die Tür verschlossen ist? Was sieht die Öffentlichkeit nicht? Grundsätzlich den, naja, den Oberkörper von mir. Nein, Spaß. Nein. Also, man muss sagen, die Motivation vor dem Spiel einfach. Das gegenseitige Einstimmen auf das Spiel und das gegenseitige Vorbereiten. Jeder hat da so seine eigenen Rituale und die verfolgt er da. Und deswegen sollte auch jeder für sich so seinen kleinen Bereich haben und sich da fokussieren können. Bist du eher der Ruhige, der dann auf seinem Platz sitzt und nochmal tief in sich geht? Oder klatscht du dem Nachbarn auf die Schulter und pusht so ein bisschen die Mannschaft? Erst das eine, dann das andere tatsächlich. Also erstmal brauche ich auf jeden Fall eine gewisse Phase für mich, wo ich sage, okay, ich fokussiere mich dann für mich allein auf das Spiel. Aber irgendwann kippt das Ganze und dreht sich halt um. Und dann wird es schon eher so ein bisschen los jetzt kommen. Dann gehe ich auf den einen oder anderen zu und gebe mir mal einen kleinen Klaps. Wer ist Kabin-DJ? Das ist Marcel Möller. Was ist deine Aufgabe? Der alte Mann zu sein. Es gibt ja viele verschiedene Aufgaben in Mannschaften. Aber ich glaube, in einer Mannschaft, in deiner, gibt es einen Wart, sage ich einmal. Den gibt es nicht in jeder anderen Mannschaft. Das ist der sogenannte Heler-Beauftragte. Was hat das damit auf sich? Ja, das ist letztendlich eine Leidenschaft, die es bei mir schon seit der Jugend gibt. Ich bin unglaublicher, ja, ich bezeichne mich schon fast als Heler-Suchti sozusagen. Also seit der kleinsten Kindheit verzehre ich den Heler-Curry-Gewürz-Ketchup halt und habe den sonst für mich selbst auch zu den Spielen immer mitgebracht tatsächlich. Gerade Auswärtsfahrten, wo wir dann Essen von unterwegs irgendwo kriegen und ich weiß nicht, was da genau kommt. Die Gewürzsoße muss halt immer mit. Das heißt, auf alles packst du Ketchup raus oder trinkst du den pur? Nein, pur zum Glück nicht. Also, nee, das wird auf jeden Fall auf fast alle Gerichte drauf getan. Es ist auch nichts gegen den Koch. Das ist tatsächlich einfach irgendwie so drin und darf nie fehlen. Und dann bürgerte sich das so ein. Einige haben es belächelt und probierten dann aber doch, weil, naja, vielleicht das eine oder andere Gericht dann doch besser mit Heler schmeckte. Dann kam es dann halt dazu, dass es irgendwann einen Heler-Wart gab. Und wer ist das jetzt? Also, sonst war es immer Jasper und tatsächlich ist Jasper jetzt eines anderen Amtes quasi zugeteilt worden. Und jetzt bin ich selbst dann auch noch Heler-Wart. Und was ist das Gericht, auf dem Ketchup auf gar keinen Fall fehlen darf für dich? Beim Auswärtsspiel auf jeden Fall die Pizza. Da kommt Ketchup drauf? Tatsächlich. Nudeln auch? Ja. Kartoffeln? Ja, kommt drauf an, welcher Kombination, aber ja. Falls das nächste Auswärtsspiel bald ansteht, und das ist ja spielplan-technisch bedingt, auf jeden Fall. So habe ich dir ein kleines Goodie mitgebracht, damit du bereit bist für die nächsten Auswärtstouren, falls die länger sind. Ja, herrlich. Passt auch wunderbar in den Koffer, deswegen die kleine Dose. Wunderbar, perfekt. Das werde ich auf jeden Fall, kann ich direkt dann halt auch einsetzen beim nächsten Auswärtsspiel. Seit wann ist das so? Seit wann, das mit dem Heler, also bei mir wirklich seit kleinster Kindheit. Also ich bin immer schon davon begeistert und ja, komischerweise, ich bin da so ein Fanatiker. Also begleitet dich deine ganze Karriere? Korrekt, auf jeden Fall. Die ja sehr, sehr lang ist. Wir sind in der Kabine. Die Kabine gilt in jedem Verein eigentlich als das Mysterium auch so ein bisschen. Und du hast jetzt ja einige Vereine gesehen. Zweimal Deutscher Meister mit dem THW, Melsung, Lübeck etc. Was war für dich so kabinentechnisch das Besonderste? Woran denkst du sehr gerne zurück? Ja, das Besonderste, letzten Endes, natürlich ist die Kabine in der Ostseehalle, so wie sie für mich immer noch heißt, damals was Besonderes gewesen. Aber jede Kabine hat was Spezielles. Egal ob modern oder altehrwürdig, hat es immer was Ergreifendes quasi. Und ja, ich selber fand im Endeffekt sogar in Schwerin auch die Kabinen halt, ja, rustikal, aber gut. Glocki, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über die Kabinengeheimnisse, zumindest das, was man verraten darf, instruiert hast. Alles Gute für dich. Viele Grüße an alle anderen Warte, sage ich einmal. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Kabinentalki aus der VfL-Kabine. Vielen Dank.